Gucken, was der dritte und letzte Wert dir sozusagen hat aus diesem wunderbaren Spiel. Ja, okay. Gemeinwohl, okay. Mein Ding ist es so, immer auch denen zu helfen, die so in ihrer dunklen Ecke sitzen, die so keine Beachtung finden. Das ist so was, was mir immer sehr leid tut und wo so ich was tun will oder tue. Das heißt, du hattest ein Ich-tue-gutes-Gehen? Ja, ich glaube, von meinem Urgroßvater geerbt. Der lebte in der Nazi-Zeit und er war so als einfacher Landwirt, hat er sich in seinem Umfeld gegen dieses Regime gewendet, auch ganz, ganz lautstark und hat auch immer den Schwachen geholfen. Und das ist so mein Ding.